Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Balus UI mit einem weiteren Add-on, das ich benutze, das sich Pre-Made-Groups-Filter nennt. Und das ist ziemlich cool, wenn man... Und auf der anderen Seite muss ich sagen, ich hoffe für die meisten von euch, dass ihr Stammgruppen habt nach Möglichkeit, für das, was ihr so machen wollt. Aber wenn ihr sie nicht habt, habt ihr hier die Möglichkeit, mit Pre-Made-Group-Filter so ein kleines Fensterchen für Filter zu definieren. Und könnt hier zum Beispiel suchen, ich suche nur nach Mythic-Plus-Dungeons, welche, die ein Item-Level von, keine Ahnung, mindestens 910 voraussetzen, mindestens 3 Mitglieder haben und keinen Tank. So, und würde jetzt zum Beispiel diese Mouth-Souls-Gruppe finden. Ich überlege gerade, warum ich... Achso, naja, gut, könnt ihr da in Zeit legen, warum ich nur so wenige finde. Sehr, sehr nützlich, wenn man durch diesen Wust im Standard-Group-Finder ein bisschen mehr und besser durchsteigen möchte. In diesem Sinne, tschüss, sagt euer Onkel Barlow.